Boah, nicht übel. So, dann machen wir den jetzt mal kaputt. Ja, ist klar. Ey, der ist so schwach, der Typ. Das gibt's dann nicht. Ähm... Achso, ja, jetzt wollte ich hier egressen. Ja, ist aber schade, dass wir hier den nicht noch geflatt kriegen. Das sind wieder Erfahrungspunkte. Die flirten gehen, aber egal. So, dann müssen wir jetzt mal hier regroupen. So, dann race mal hier. Okay. 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 So. Ich habe jetzt auch mal was zum Trinken eingeschüttet. Nicht, dass ich jetzt hier beim Spiel noch dehydriere. Nur das wäre nicht so schön. So, dann haben wir gleich auch wieder alle im Kampf zur Verfügung. Ähm... Promoten ist er wohl sowieso nicht mehr, ne? Genau. So, ähm... Speichern wir jetzt schnell. Ich hoffe, jetzt müssen wir nicht den Kampf mit Frabel und so nochmal machen. Das wäre echt mal doof. Obwohl ich glaube, eigentlich nicht. So, Deals. Haben wir Deals. No Deals. Okay. Okay. Ähm... Ah ja, hier beim Healing Rain wäre noch nicht schlecht. Was kriegt... Wer kriegt das? 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 Shade geht immer so schnell drauf. Das wäre irgendwie blöd. Tja. Also, da das jetzt sowieso wahrscheinlich der Endkampf sein wird, Ich geb das nicht mehr Schuhen. So... Achso, die Axt wollen wir noch hier reparieren. Ja, da das sowieso der Endkampf sein wird, ist das glaube ich jetzt scheißegal, was ich jetzt hier für... Für Geld überbehalte. Ich glaube, das werde ich einfach so komplett ausgeben. Gut. Ähm... Ja, ich glaube, ich werde das jetzt wirklich machen. Und mich hier total zuknallen mit irgendwelchen Sachen. Achso, ja, Healing Rain ist klar. Kann ich nicht. So... Fangen wir mal unten an. Shriek war jetzt voll. Ah, die braucht eigentlich auch noch irgendwie was. Hm... 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 Naja... Okay, gut. Ähm... Wollen wir uns mal hier preparen. Ähm... Und zwar... Die Healing Rain tauschen wir gegen... Hm... Ja, gegen was? Ja, gegen was? Ach, der hat ja noch die Evil X hier. Okay. Obwohl, ich glaube, die kann auch zaubern, meine ich. Vielleicht können wir das auch schon mal benutzen. Das wäre auch nicht schlecht. Ähm... Hm, hm... Ja, den Healing Rain, wer sollte es wohl kriegen? Vielleicht doch Wendy? Ich glaube, das geht Wendy, genau. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Wenn die wieder out of power ist, dann können wir uns noch ein bisschen heilen. Ja, dann wollen wir uns mal in den Kampf stürzen. Ins letzte Gefecht. Tja, wie machen wir es denn jetzt am besten? Ja... Tja, wie machen wir es denn jetzt am besten? Nur mal schauen. Ähm... Boah, es ist ja echt blöd, dass die hier hinten alles stehen. Da komme ich ja so gar nicht hin. An der Seite hier komme ich nicht lang. Und hier wartet der. Tschüss, Cop. Hm. Oder ich muss sie irgendwie anlocken mit meinen, äh... Mit meinen... Fliegern. Ich glaube, das probiere ich sogar mal. Obwohl das, glaube ich, mit Fliegern ganz schön schwer wird da oben. Naja. Gucken wir, dass wir die irgendwann mal angelockt bekommen. Mal schauen, was wir draus machen können. Das war's. Okay. Oh, okay. Das war's. Okay. Ich bin so konnt. Ach ja. Hm. Die warten da schon alle sehensüchtig auf mich. Die wollen auch nicht so ganz gerne runterkommen. Also, die hier zu sehen sind nochmals. Ich habe einen Bühnen, den ich. Ich habe einen Bühnen, wenn ich mir nicht. Das ist wirklich gut. Mh. Mein Herr. Ich hätte gerne einen Bühnen, aber dann. Ich würde gerne mal einen Bühnen. Wir müssen doch mal hier langsam ein bisschen getriggert werden, verdammt noch mal, der Schlinge. Ey, das ist cool. Ich dachte schon, mein Anbruchsschütze. Kommt jetzt dran, aber das ist ja hier noch viel, viel besser. Gut, dann nehmen wir schon mal uns den einen hier vor. Ja, machen wir es so. Gefällt mir besser. Gut, ja, ist doch nett. Ach, und die verpinkeln sich da auch schon wieder. Oh, ich muss einfach mal so. Oh, okay. Das ist nicht so gut. Ganz und gar nicht.